Hallo und Willkommen! Auf dem Kanal SkySport 2 Austria HD und Darze N können Sie das Spiel live verfolgen des dritten Spieltags der UEFA Champions League, SK Sturm Graz Sporting Lissabon. Diesen Dienstag, 22. Oktober 2024 um 21 Uhr. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!